Die MEXCO 2014. Mehr als 30.000 Besucher waren in den Kölner Messehallen unterwegs. Am Stand von XIO konnten diese das komplette Lösungsportfolio von der Full-Service-Agentur kennenlernen. Doch was bietet XIO, was anderen Agenturen fehlt? Warum zu der XIO? Wir sind eine Full-Service-Agentur, das heißt wir bieten alles aus einer Hand. Strategische Beratung, wie muss ich mich aufstellen, wie mache ich überhaupt E-Commerce, wie rolle ich E-Commerce in verschiedenen Ländern aus, wie muss die ganze Customer Experience sein, also wie sieht das Design aus, wie funktioniert eine iPhone-App, wie funktioniert das alles mit Responsive und letztendlich die technologische Umsetzung mit den besten Partnern, die man sich wünschen kann. Adobe, Wood, SAP, Hybris, Sidecore, das sind unsere Partner, mit denen wir zusammenarbeiten. Wirklich die Crème de la Crème, damit kann man, wenn man Kunde ist, schon einiges machen und dann natürlich die Referenzen sehr branchenübergreifend aufgestellt, ob es jetzt Allnatura im Lebensmittelbereich ist, ob es Atomic Ski im Sportsbereich ist oder Red Bull, was einfach jeder als coole Marke sowieso kennt. Also da sind wir wirklich ganz breit aufgestellt, da ist glaube ich für jeden was dabei. Ein Richtkranz, Baugerüste und eine Zementmischmaschine. XIO setze sich für die Dimexco das Motto Let's Build Post Digital. Was soll das bedeuten? Wir bauen gerade diese ganze digitale Revolution fertig. Wir nennen das ganze Post Digital. Die digitale Revolution ist für uns vorbei. Das ist jetzt in der Realität angekommen und das ist nicht mehr ein weiterer Kanal, der jetzt von Kunden genutzt werden soll, sondern digital ist einfach Realität. Das muss so gelebt werden, wie ich jetzt Print mache, wie ich andere Kanäle bediene. Und dementsprechend sollte man jetzt einfach auch nicht mehr von Trends reden, von Kanälen reden, sondern es ist da angekommen, wo letztendlich das Business läuft und darum kümmern wir uns darum. Und mit unserem Standkonzept möchten wir halt dieses symbolisieren. Wir gehen gerade so die letzten Schritte hin, um jetzt digital da endgültig zu etablieren. Auch auf der Dimexco-Bühne war XIO mit dem Seminar Hyper Individualization Working with the Target Group One-on-One präsent. Also das Wichtigste bei Hyper Individualization ist, dass der Kunde tatsächlich im Mittelpunkt steht. Das heißt, die Information und die Bedürfnisse des Kunden sind die treibende Kraft hinter allem, was wir tun müssen. Das heißt zum Beispiel, wenn ich Müsli mische, möchte ich gesund leben. Wenn mir mein Müsli hilft, noch gesunder zu leben, weil es erkennt, dass ich Vitamin B12-Mangel habe und vielleicht, keine Ahnung, ich bin kein Arzt, aber Goji-Berries essen muss oder so, ist das ein Service, der für mich hoch relevant ist. Wenn meine Versicherung mir empfiehlt, mein Auto nur dann zu versichern, wenn ich es fahre, ist es ein Service, der auch hoch relevant ist. Daten können helfen, Relevanz zu optimieren und absolut auf mich zugeschnittene Services, Produkte, Informationen, Marketinglösungen anbieten. Das ist der Kern, um den es eigentlich heute geht. XIO ist mit über 18 Jahren Erfahrung eine der führenden Digitalagenturen Europas. 180 Unternehmer, Kreative, Denker und Geeks arbeiten an einer gemeinsamen Mission. Creating Digital Success. Ja, wir sind jetzt 180 Mitarbeiter verteilt auf unsere Standorte, haben allein in den letzten drei Monaten 25 neue Kollegen eingestellt, suchen auch sehr fleißig, also an alle Besucher hier auf der DMEXCO. Join at XIO, Bewerbungen schicken, also in allen Bereichen, Developer, Sales, Projektmanagement. Haben super Kunden gewonnen, also das erste Halbjahr lief richtig gut für die XIO-Gruppe. Ja, und wir können den Wachstumskurs beibehalten. Eine Baustelle als DMEXCO Standkonzept und ein außergewöhnlicher Name. XIO ist gerne etwas anders und verspricht eine Menge an Schaffenskraft. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.